Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MyCraftQuestLand. Focus Edition. Genau. So, wir sehen kurz Nikolaus deine Sicht zu Anfang. Hast du schön abgelesen. Und zwar dieses Rätsel hier. Ich habe es wieder auf Ursprungsdings zurückgestellt. Wie sagt man das? Ursprung... ja. So wie es ursprünglich war, wieder zurückgesetzt. Weil ich einen Fehler gemacht hatte, dass ich dann... Was heißt das? Ich muss das Spiel gemacht. Ja, ich mache es immer falsch. Weil wir halt einen Fail hatten und ich ja ein bisschen was rumgetrifft haben und ja... Er macht das Rätsel jetzt. Es hat geklappt. Ja je. So, ich befinde mich hier hinten irgendwo. Und hier befindet sich nämlich ein Diamant, den wir in der letzten Part nicht finden konnten. Wir haben sie doch gar nicht gesucht. Hier ist der. Bei den ganzen Löchern, so. Und dadurch, dass du angefangen hast zu reden, würde ich sagen, dass du entscheiden, welche Insel wir jetzt nächstes betreten. Obwohl uns da hinten noch ein Emerald fehlt, habe ich nicht finden können. Werde ich dann zum nächsten Part machen, so. Du darfst entscheiden, welche Insel wir jetzt nächstes betreten. Hinten gibt es auch eine Insel, ne? Ne, ich weiß überhaupt nicht, wie die Insel alle aussehen. Also welche wir nehmen könnten. Du hast die Wahl. Guck mal, ich kann es auch in meinem Bildschirm zeigen. Hier hinten bei den Quallen ist auch noch eine Insel. Wie ist hier? Da wird es auch weitergehen. Mhm. Musst du nur sagen. Ja. Können wir zur Pirateninsel? Ja, wir machen. Können wir da hin? Ich glaube, ja, dann müsste es eine Verbindung geben. Ja? Cool. Natürlich, wir hatten doch eine Wahl gehabt. Machen wir nicht. Können wir zur Pirateninsel? Äh, ist das hier die Pirateninsel? Oder ist das eine andere? Nein, wir können auch noch. Wir sind auch nicht bei Pirateninsel. Okay. Aber wir gehen hier hin. Können wir schon entschieden. So, warte mal. Warte auf mich. Bis ich bei der Brücke bin. Bist du links rum? Äh, ich gehe doch zu Schneeland. Hab mich umentschieden. Ja, bei den Quallen, ne? Äh, äh, was? Und wo meinst du? Wo willst du hin? Äh, da Schneeland land. Das ist bei diesen Steinen. Warte, ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Und außerdem auch eine kleine Premiere, kann man fast schon sagen. Aber ich glaub ja nicht. Und zwar meine YouTube Musik hat sich verändert. Ich hab jetzt nicht mehr die Standardsachen, wo ich nur 11 zur Auswahl hatte. Ich glaub ich hatte 11 Lieder zur Auswahl. Weil jetzt hab ich 35 Lieder zur Auswahl für YouTube. Werdes aber noch über 100 Stück aufstocken. So, das ist die nächste Insel. Bitte. Bitte Mountaineer's best mark and stay for a bit with Ice Rink. Was? Ach so, wir müssen jemanden finden. Und. Emerald. Sparad. Ja. Äh, was ist die Aufgabe? Bitte. Bitte Mountaineer's best mark and stay for a bit with Ice Rink. Ne, weiß ich, versteh ich nicht. Äh, ich auch nicht. Also wir müssen einen Wolf finden. Für ihn. Und irgendwas besiegen und irgendwo stehen bleiben, glaub ich. Ja, cool. Ich weiß es aber nicht. Ich lauf mich hier mal außen rum. Ah, hier ist der nächste, ähm. Doofbewohner. Cool. War das ein Troo? Nein, da nur so oft. Ja. Ich kann auf die Bäume rauf. Ah, das ist ne röste Insel, glaub ich. Fight the missing diamond. Die gibt's echt überall. Ich hab einen Smaragd gefunden. Ah, nein. Und Eis. Eisblöcke. Trank er nachts sich auch noch. Nice. So, ich lauf mal einmal an der Insel. Ach, das sieht geil aus da hinten. Ein Tempel. Oha, das ist ne riesige Insel. Cool. Und jetzt in die Truhe. Der lauf ich jetzt hin. Ja. Und ich komm mich gerade in den Bäumen um. Wieso sind hier so viele Schneebälle? Ja, ich hab auch zwei gefunden. Ja, ich hab jetzt vier gefunden. Vielleicht musst du irgendwas damit machen. Oder die sind jetzt verfannter. So wahnsinnig. So blaue Blöcke hier hinten. Ich lauf einmal den... Ich lauf ganz hinten am Rand herum. Was ist bei mir... Was bei dir leckt ist? Ja, und plötzlich war ich auf dem Boden. Eben war ich am Boden. Plötzlich ein bisschen auf dem Boden. Okay. Was ist das denn? Bestimmt öffnet sich die Brücke hier, ne? Aber man braucht Level 14, ne? Hä, ich bin plötzlich ganz woanders, glaube ich. Hä, ich weiß nicht wo ich bin, ne? Haha. Bis in der Mitte der Insel, glaube ich. Tag des Oxenbettes bei Drop Team mit 4 Spots marked by Beacons. Lies mal das Nummer. Was hab ich hier für ne Quist? Zumarakter. 6. Zumarakter. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Wenn du einen kumbischen Blog findest, dann sag ich dir. Das ist ein commercial-Blog? Nein, das nicht. Hahaha. Aber ich hab den Wolf gefunden. Ich hab das wohl gefunden. Ich hab's gelärt gehört. Was war das für ein Bing? You failed? Hä? Hä? Was? Was haben wir ge-failed? Ich habe keine Ahnung. Hier ist ein Hund. Ah, ich wollte... Was? Das was? Ihn den Hund einmal schlagen, oder was? Warte, 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 warte. Ich bin ein Idiot. Stehen. Oder was hast du gemacht? Du musst nichts gemacht, ne? Mh, was? Da folgte einem, oder nicht? Ich glaube, ich weiß... Tüfer Kopf. Ich glaube, ich könnte mir ahnen, welche Mission ge-failed ist. Welche? Diese Flaschen-Mission. Weil ich die Flasche weggepackt habe, vielleicht habe ich eine andere zurück. Dann hol ich die Flasche wieder zurück? Hab ich schon. Oh, der Hund kommt einem. Okay. Er verfolgt einen. Sehr gut. Ich mache gar nichts. Ich bin noch nicht mehr in der Mitte der Insel gewesen. Ich lauf nach außen rum hier. Hoch, hier komm ich nicht durch. Warte, was ist das für ein blaues? Oh, hi. Ich lauf hier ganz auf. Ich war noch gar nicht in der Mitte. Aber guck mal, wer mich verfolgt. Oh, cool. Dann bringe ich mich noch zum Villager. Ich will auf den Berg auf klettern. Alter, die Insel ist mega groß. Cool, ne? Skelette! Was, was für eine Zeit? Ah, wir dürfen nicht! Was? Warte, ich habe verstanden. Ich habe biegen. Ich glaube, das sind die Teile. Ja, ich habe, ich habe verstanden, was das Fail war. Aber jetzt muss ich erst mal Feuersteine und rosa Farbstoff. Nein! Wieso zur Hölle ist hier rosa Farbstoff? Ja, das habe ich da reingeschmissen, weil mein Meter voll ist. Ach so, ich wollte schon sagen. Ja, jetzt habe ich das verstanden mit dem Ring. Aber erst mal bringe ich den Hund hier zurück. Cool, ein Beacon ist blau geworden. Cool. Dann willst du noch ein paar mehr machen. Ja, toll, weiter. So. Wo bist du? Du warst da hinten irgendwo. Und dann gehen wir in den Ringkampf. Was für Ringkampf? Für Kämpfen, ja. Oder willst du den Kampf machen? Ich gucke zu. Ja. Dann kommst du zum Eis. Zum Eis. Das ist rechts neben dem Eingang, wo wir hergekommen sind. So, du müsstest jetzt erledigt sein. Hallo, komm her. Hallo, Wolf. Kommst du, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du? Oh táš Smartphone, sagst du. so der Hund wie er verbrennt ne ich füttern nicht verbrennen so ich hab ihn gefüttert so komm mit nach hinten du folgst mir du hund ist ja nicht mehr ja kommst du kommst du kommst du hallo hüttest du den Hund den Hund musst du füttern gedrückt halten gut zum brennt da ist noch komm her hier stell dich in den Ring warte mal ich muss noch rein und du darfst dich nicht vom Ring wegbewegen und dann nein nein du kannst dich nicht killen ne ach so du musst im Ring bleiben ok ok du du hund kriegst ein Skelett an der Hund stirbt uns gleich noch ey deswegen ich block den Hund mal weg komm her komm her oh nein das war knapp geschafft das war knapp fast bin ich rausgeflogen und heute nehmen wir wieder mit ich glaube da bleibt es bei uns anscheinend so jetzt gehe ich mal in die Mitte in die Mitte der Insel und ich suche diese weitere Beacons genau was gibt was erwartet mich denn hier die TK ich habe nicht den Fiberkopf gefunden nice ich bin jetzt wieder unten nice nein rot rot ich glaube wir werden den gesamten wir werden keine zwei Inseln diesen Part schaffen ganz ehrlich die Insel ist so groß da brauchen wir zwei Parts für cool Alter wie hoch ist denn dieser Berg das ist einer ich glaube an allen Seiten des des Berges hier das ist einer Schneebellern Amarald nice einen habe ich schon in die Kiste getan ja das heißt uns fehlen noch 5 okidoki okidoki ich hätte mal nach ganz nach oben cool wenn ich ganz nach oben käme dann hier tue ich das nämlich nicht cool nein gar nicht cool kommt man überhaupt zu hoch oh la das ist ein cooles Tempel achso das ist der andere Teil in der Ransel komm ich irgendwo hoch komm ich hier rauf dann komm ich hier rauf ich finde es gibt so wenig Kämpfe fällt noch gerade ein ja aber ich will nur kämpfen man kann nicht auf den Berg hoch doch bestimmt oder ja voll da ist ein Hütte hallo das ist eine andere Insel da hinten ne das da warte war der letzte Part wo mit den Quallen ja ne da war ich wollte nur kurz sagen ich war beeindruckt dass das überhaupt nicht Command-Glocken geht dass man die Quallen abwirft dass dadurch was aktiviert wird naja ich weiß nicht ob es wegen den Command-Blöcken so ist ja oder was auch immer das ist ich fand so ich wusste nicht dass sowas geht ich dachte so hä ist das wirklich die Aufgabe weißt du doch ja oh lol da ist ein Steg ein Holzsteg genau da will ich auch hoch aber ich bin da ich hab keine Ahnung was ich machen soll ich bin ja bei den Bäumen hä jemand aber warum bin ich jetzt auf dem Boden das war aber mir auch vorhin so bist du auf einer Eisfläche genau da war ich vorhin auch plötzlich teleportiert worden gut der Wolf bleibt hier sitzen da ist noch einer der letzte glaube ich wie viele Emeralds hast du? äh drei ok wenn du noch einen findest dann haben wir alle cool bist du oben ne? im Gebäude was ist da alles? was für Gebäude nein ist hier kein Gebäude? ich muss gucken ich bist denn eigentlich wieder hoch gekommen auf den Berg rauf geklettert was? ja ich hab noch achso biegen ne? ja genau was für Quäste fehlen uns dann? die Emerald Fieberkriffe sowieso dann haben wir doch alles abgeschlossen ich wollte uns doch nicht sagen dass wir jetzt alles abgeschlossen haben ich hab das Gefühl bei mir lecktes dezent aber haben wir schon alles abgeschlossen? was fehlt uns für Aufgaben? ne guck ich ehhh ich hab noch nicht ja ja Emerald ist klar ich kann schon niemals raus springen das haben wir auch geschafft wow das haben wir auch geschafft uns fehlt nur noch der Emerald ich will gerade ganz hoch ich wette ich wette mit hier oben ist noch ein kippe kopf es war so verdammt schwer ganz hoch zu klettern bis man muss erst mal zum stück hoch aber ein smart fehlt uns noch ein bisschen auf den bäumen und sieben sehr nach dem versteck aus nein wollte rennen und das ist so da man sich hier oben alles mal fach wahrscheinlich wieder nicht laut genug guck dir das an da auf dem regenbogen oder regenbogen polarisch sind villager drauf cool da muss ich hoch ich bin hier bei den bäumen in der hoffnung zurück irgendwo was ist naja hier wieder nicht geschehen oh mann sieht sich das genau hm wenn dann nicht auf diesem baum irgendwo auf den bäumen muss was sein ich wollte mir doch nicht sagen dass es noch nicht ist hier komme ich nicht mehr hoch nach runter das will ich ja auch nicht oh mann bei mir gibt es fehlt nur ein einziges marakt ja hier geht es gerade hoch ja ja sehr gut ich komme voran bist du gleich oben ich weiß es nicht ich weiß es nicht ja ich glaube schon ich bin gespannt dass es gleich nicht mehr weiter hoch geht es muss oben muss irgendwas sein ich bin hier bei den bäumen auf der suche nach kiparköpfen oder einem fehlenden smaragd dann haben wir nämlich das schon abgeschlossen ich hätte nicht gedacht wieso schon abschließen die insel ok dann wird gleich schon direkt die nächste gehen ja schlapp auf diesen so viel zu wir brauchen dafür zwei Partys ja oh god ja geschafft bis ganz oben nein aber einen sprung habe ich geschafft ich hoffe du schaffst das der links geht noch weiter so so auf diesen bäumen ist nichts auf diesen bäumen ich wollte mir doch nicht sagen dass auf den bäumen nichts ist kein Fallschaden ok ich hätte gedacht kein Fallschaden aber wenn das spiel sagt nö dann sagt das spiel nö nein ich fang runter ja ich bin gerade zu blöd ja jetzt fang gar nichts oh ok das war die geheime Quest das ist übrigens pro insel eine geheime Quest ok und die ersten insel haben wir das noch nicht herausgefunden aber ich weiß ich weiß was mir fällt noch etwas ein was wir vergessen haben krass und zwar auf der zweiten insel wo wir waren du hast noch die schallplatte schallplatte oder ich die schallplatte ja nein ich habe keine schallplatte doch ich habe eine schallplatte genau die müssen wir da nämlich einsetzen ich würde sagen zeigen wir es zum ende des Bads und was also das brauchen wir nur die Smaragd ne ja ein Smaragd aber ich bin ja auf den bäumen gewesen ich finde rein gar nichts die Truhe haben wir ganz bestimmt schon aber ich wollte doch nicht sagen dass auf den bäumen ich habe Smaragd gefunden nice dann haben wir die Welt schon abgeschlossen so wohnen gibst du den Smaragd ab? wo muss ich hin? äh zu mir siehst du meinen Namen irgendwo? ich glaube ich hatte dich gesehen oder auch nicht wo bist denn du? äh ja ich weiß echt nicht wo du bist ich weiß echt nicht wo du bist beim Zelt beim Staat glaub ich ne beim Staat Zelt bin ich hier du musst weiter rechts rum genau da an der Insel entlang dann cool am Rand entlang auf der anderen Seite der Insel ist dann auf der anderen Seite der Insel ist dann ja es kommt zurück äh jetzt kommt zurück wo aber kommt jetzt zum Anfang zurück ja jetzt brauchen wir für die Piratunsel Das ist die Pirat-Unselle? Ja, das ist hier so Strand und so. Ja, da können wir ja noch nicht finden. Kommt wir zurück. Ja, kann ich denken. Das wäre mir nicht neu. Hier fehlt uns ja auch noch ein Zimmerrat. Alter, wenn ich mir so zu benachte, ist die Map richtig groß. Ja, ne? Wo bin ich? Jetzt laufe ich die nächste Insel, ne? Das will ich eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir schneiden jetzt hier etwas, weil wir laufen jetzt eigentlich nur zurück, um die eine Schaltplatte einzusetzen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der zweiten Insel. Tschüssi! So, hier sind wir wieder. Mein Bruder ist gerade dabei, nicht was zu essen zu machen. Der erste Insel fehlt uns noch die geheime fest. Aber die haben wir noch nicht herausgefunden. Und zwar die gleiche Anfangen, wo wir hochgeladen sind zur Insel. Haben wir hier in dieser Tour, war diese Tour gewesen, ne? Die Schaltplatte? Ich weiß es nicht, kommt rein. Egal, wir haben die Schaltplatte auf jeden Fall gefunden. Und zwar muss die hier rein. Dann haben wir die geheime Quest abgeschlossen. So, dann würde ich sagen, beenden wir den Part jetzt schon hier. Wahrscheinlich habe ich wieder zu leise gesprochen. Naja, egal. Egal. Dich hätten wir nicht gehört. Scheiß drauf. Dich brauchen wir nicht hören. Dankeschön. Bitte. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Jol, man kann Kohle hier stehlen. Hahaha. Ja, und endlich Kohle. So, dann tschau, ne? Tschaui.